Und damit herzlich willkommen zum nächsten Let's Play von Factorio mit mir, Flatrate und im Hintergrund der Kalle, der piepst ein bisschen. Hallo Kalle, ja? Ist im Käfig? Ich seh dich. Ja, der Kalle, wer es noch nicht kennt, ist mein kleiner, wenn sie dich, ähm, kleiner gelber Australier, der mich schon fünf Jahre durchs Leben begleitet, vielleicht dieses Jahr wird er sechs. Wird genial. Ja, wir waren dabei, das schöne Erz zu automatisieren. Ja, und, ähm, leider leben wir noch von dieser kleinen Zunft hier, äh, die wir auch weiter betreiben sollten. Ähm, zwei Öfen hab ich noch in der Tasche, dann sollten wir das hier auch mal schnell basteln. Ist hier schon wieder ein Baum? Ich kann keinen Baum mehr sehen, ja. Baum-Alert. Und hier ist eine Kiste. Stört ihr uns? Ich hoffe nicht. Blöde Kiste. So, mal ein bisschen hier aufräumen. Klack, klack, klack. Sachen, die wir hier nicht so brauchen, können wir jetzt in den Etagen schmeißen. Die brauchen wir gleich. Ähm, ja, ein paar Greifarme schon mal craften. Ja. Sonst muss ich den Kladderadat schon mal da rüberknallen. Klack, klack, klack. Was ist denn hier? Eisenerz in der Tasche. Braucht man auf jeden Fall in der Rohversion. Okay, ich verstehe. Alles voll hier. Dann wollen wir unsere Taschen mal hinleeren mit den Sachen, die wir hier nicht brauchen. So. Wollte klappen. Die brauchen wir bestimmt nicht mehr. Der kann passen, der kann passen, der kann passen, der kann passen. Aber bleiben nur die wichtigen Sachen hier drin. Super. Die Baum auf. Ein bisschen davon. Da vorne. Komm, rennen wir nochmal schnell hoch. Befeuern das hier. Oh, vielleicht noch ein bisschen von diesem kleinen Blödsinn mitnehmen können. Aber was man ja nicht bekanntlich im Kopf hat, hat man in den beiden, ne? So. Haben die immer mehr ein bisschen Feuer. Wir sehen Steinen aus. Die sollten ordentlich aufhören. Oh, der verbraucht gar nicht so viel. Wie viele Steine haben wir da? Okay. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Okay. Können wir also diese Straße jetzt mit diesem elektrischen Erzförderrad weiterbauen. Gucken, dass hier Strom kommt. Und dann haben wir das hier auch schon mal automatisiert. Und so langsam bildet sich hier unsere kleine Automationsstraße. So. Läuft das schon mal? Wieder, wie es läuft. Jetzt müssen wir überlegen, wohin wir das Ganze bauen wollen. Möglichst in eine Region, wo wir Platz haben. Nach links ist der Wald hier. Das brauchen wir nicht. Das Wald, das heißt eigentlich, hier ist ein bisschen Wald. Das Einzige, was wir bauen können, das ist hinter den Ölquellen. Hier, da rüber. Da ist unsere richtige Base. Jetzt haben wir so eine provisorische Base gebaut. Und jetzt bauen wir die richtige Base. Ab hier hinter, hinter den Ölquellen, können wir quasi ab rechts alles bauen. Weißt du auch nicht, was da rechts so hundertprozentig alles kommt. Aber das werden wir auch mal rausfinden. Gell? So. Machen wir einfach noch eine Reihe hier, weil wir es können. Ach, wieder ein Baum. Ich liebe es. Ich sag ja, die Bäume sind die echten Endgegner hier in diesem kleinen Blödsinn. So. Wir kommen auf die nächste Reihe. Und, ähm, müssen wir leider wieder abbauen. Darüber können wir eine Reihe kurz nach unten versetzen, bis wir komplett autonom von den Blödsinn da sind. Hm, ja. So läuft das. Achso. Genug Kohle. Ich habe genug Kohle. So. Es gibt da ja, liebe Aliens, ähm, ich will nicht sterben, deswegen werde ich hier mal so ein bisschen was hier reinklatschen, damit wir uns hier nicht in die Quere kommen. Kann ich auch mal diesen Blödsinn hier weghauen. So. Wann läuft das schon mal? Gut, jetzt müssen wir eine Brennungsstraße bauen, ne? Dass hier dieses Eisenerz mit Kohle verbrannt wird zu einer Eisenplatte. Das ist die nächste Herausforderung. Und ich habe auch noch eine private Herausforderung. Ich muss mal unbedingt aufs Klo, aber ich will die Aufnahme nicht, äh, unterbrechen. Also haben wir jetzt hier eine Challenge am Laufen. Ähm. Machen wir aber gleich. Jetzt kümmern wir uns erst mal um die erste Forschung. Forschung ist ganz, 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 ganz wichtig. Sonst können wir hier nicht so viel mit den, weil diese, diese kleinen Bänder gehen nur in eine Richtung. Ne? Kannst du in eine Richtung legen. Aber du kannst sie jetzt nicht verteilen, umknicken, runter, drüber, ne? Das geht nicht. Und das machen wir jetzt mit der Forschung, mit so einem Labor. Da ist es auch schon. Und das halbautomatisieren wir jetzt hier ein bisschen. Bisschen Platz hier machen. Schöne Musik. Es gibt so eine gewisse Art der Zuversicht. Also schön. Schön, schön, schön. Gerade bei Bäume abhacken brauchst du einfach Zuversicht im Leben. denn Bäume abhacken sind eine abstruse Abnormalität der Menschen, menschlichen Unterseele. Wo ist ja nicht eure Musik jetzt? Weg, oder wie? So, ähm, packen wir die einfach mal. Äh? Warum kam denn jetzt hier dieses Dings-Menü? Das weiß ich nicht. So, ähm, diese Kumpels brauchen natürlich mehr Strom, war ja klar. Ohne Strom, kein Kondom. So, jetzt haben sie Strom. So, jetzt haben sie Strom. Und was wir jetzt brauchen, sind diese Wissenschaftspakete. Dieses Wissenschaftspaket 1 befindet sich aus, äh, oder besteht aus einer Kupferplatte und einem Eisenzahnrad. Und dieses benötigte Material brauchen zwei Kupferplatten, äh, eine Kupferplatte und eine Eisenplatte. Muss gerade ein bisschen kämpfen mit dem Klo. Äh, Mama Schüssel funktioniert leider nicht. War 5 Uhr nachts. So, machen wir die mal hier hin. Wir denn noch ein bisschen... Ähm... Es tut mir leid. Ich muss echt aufs Klo. Obwohl, komm, wir 6 Minuten halten da durch. Wir halten 6 Minuten da durch. Wir schlucken einfach nochmal runter. Wir machen Knoten rein. Und, ähm, alles wird gut. Ich hätte es direkt ein bisschen halbautomatisiert. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Bänder. Und, ähm... Es fehlt ein bisschen... Das wird jetzt echt ein Challenge mit dem Klo. Ich sag's euch. Wenn ihr gleich irgendwelche komischen Geräusche hört, dann ist was passiert. Dann ist was passiert. So, ähm... Genau, wir wollen das hier halbautomatisieren. Das ist jetzt schon mal so ein bisschen, wie das hier so funktioniert. Wir haben auch ein paar Greifer. Die wollen wir uns mal greifen, die Greifer. Die brauchen auch nochmal Strom. Logischerweise. Greifer brauchen immer Strom. Ähm... Achso, das geht ja gar nicht. Wir können das ja gar nicht machen. Das ist ja blöd. Aber es ist, ähm... schon mal vorgearbeitet. So, jetzt müssen wir diese kleinen Pläschchen selbst machen. Da machen wir jetzt mal so 20, 30 von. Das, was wir brauchen, ist hier eine Automatisierung. Warum? Erstens gibt's diese langen Greifer davon. Und zweitens gibt's diese Montagemaschine. Und die Montagemaschine ersetzen quasi unseres Handcraften. Das ist eine kleine Maschine. Da kann man Material einführen. Und, ähm... Dann, äh... wird es, äh... verarbeitet. Ja, die Challenge muss ich leider jetzt brechen. Ich breche jetzt hier auch ganz schnell ab. Ähm... Muss auch auf mein Handy abbrechen klicken hier. Die Folge wird ein bisschen kürzer. Äh... Weil sonst, äh... die nächste Folge, bis ich sie erstarte, was länger wird, weil ich komische Sachen dann gemacht habe. Ich danke fürs Zusehen. Danke fürs Verständnis. Ich geh jetzt mal auf die Druckaufsatzkammer. Vielleicht macht ihr das auch. Äh... Abonnieren. Äh... Spiel kaufen. MMOGA-Link ist hier drunter. Wenn ihr Bock habt zu spenden. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Flatrate. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Flatrate. Zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Tschüss!